Heute wieder live aus dem Yachthafen von Limassol und der Wind ist heute ein bisschen stark, aber das macht gar nichts. Es ist warmer Wind. Jeden Menschen ist eine bestimmte Zeitspanne vorgegeben, eine bestimmte Anzahl von Tagen, Wochen, Monaten, eine bestimmte Anzahl von Jahren, die wir hier auf dieser wunderbaren Welt haben, um unsere Erfahrungen zu machen. Und du hast nur eine bestimmte Menge Zeit zum Lernen, um Träume zu verwirklichen, um Ziele zu erreichen, um dein Leben nach deinen Vorstellungen zu gestalten. Und diese Zeit, die dir bleibt, die wird immer weniger. Du wirst niemals mehr Zeit bekommen. Zeit, die vergeht mit jedem einzelnen Atemzug. Du kannst keine Zeit dazu bekommen. Zeit kannst du nicht kaufen. Du kannst Zeit nur verlieren. Und mit jeder verlorenen Stunde, mit jedem verlorenen Tag weißt du nicht, wie viel Zeit dir noch bleibt, um dein Leben zu formen, um deine Wünsche in deine Realität zu bringen. Viele Menschen denken, ach, ich habe ja noch so viel Zeit. Aber im Vergleich zu anderen Lebewesen haben wir Menschen auch viel Zeit. Aus der Sicht einer Eintagswege haben wir Unmengen an Zeit. Und weil Menschen denken, dass sie noch so viel Zeit haben, geben sie sich selbst viel zu viel Zeit für die Aufgaben, die sie eigentlich erledigen müssten. Menschen denken, ach, morgen ist ja auch noch ein Tag. Und sie verschieben ihre Wünsche und ihre Träume. Und morgen denken sie, ach, heute möchte ich lieber Schwester Stefanie im Fernsehen sehen. Morgen ist ja auch noch ein Tag. Und so vergeht Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat. Und Jahr für Jahr. Und diese verlorene Zeit, die ist unwiederbringlich. Weil Menschen denken, dass sie noch so viel Zeit haben. Verschwenden sie ihre Zeit, die sie eigentlich nutzen sollten. Weil Menschen denken, sie haben ja auch noch morgen Zeit. Vertun sie das heute. Und mit der Zeit wird das Zeitvertun zu einer Gewohnheit. Und diese Gewohnheit, Zeit nicht zu achten, diese Gewohnheit, wertvolle Lebenszeit, achtlos zu verschwenden, wird zum Dieb der eigenen Wünsche, wird zum Dieb der eigenen Träume. Irgendwann in deinem Leben hattest du Wünsche, hattest du Träume. Du hattest dies vor, du wolltest jenes erreichen. Du hattest deine Vorstellung von deinem perfekten Leben. Und heute, heute möchte ich dich an deine Wünsche, an deine Träume erinnern und dir zurufen, nutze deine Zeit. Gehe sehr achtsam mit deiner wertvollsten Ressource Lebenszeit um. Wünsche und Träume brauchen ihre Zeit. Lass deine Wünsche und lass deine Träume niemals zu unerfüllten Fragmenten in deiner Erinnerung werden. Du bist nicht auf dieser Welt, um ein mittelmäßiges Leben zu leben. Du bist nicht auf dieser Welt, um nur halb zufrieden oder halb unzufrieden durchs Leben zu gehen. Nein! Deine Ideen, deine Wünsche, deine Träume sind nicht umsonst in deinem Verstand aufgetaugt. Es sind deine Ideen, deine Wünsche, deine Träume. Und ich sage es immer wieder, jede Idee, jeder Wunsch, der in dir entsteht, kommt immer gleich mit der Möglichkeit der Realisierung. Sonst hättest du diesen Wunsch nicht. Hör auf, wertvolle Lebenszeit zu verschwenden. Sie töten deine Zeit. Und irgendwann wird die Zeit dich für immer schweigen lassen. Deine Zeit ist dein wertvollstes Gut. Beginne, deine Zeit wertzuschätzen. Irgendwann früher oder später wird dein einzigster Wunsch sein, mehr Zeit zu haben. Und du blickst zurück und du wünschst dir, früher begonnen zu haben. Du wünschst dir, deine Zeit besser genutzt zu haben. Für deine Wünsche, für deine Träume, für deine Ideen. Und du kannst dich heute entscheiden, deine verbleibende Zeit sinnvoll zu nutzen. Du kannst dich heute entscheiden, die hinderliche Gewohnheit der Zeitverschwendung gegen eine neue, nützliche Gewohnheit auszutauschen. Gegen die Gewohnheit, täglich kleine und große Schritte in Richtung deines Zieles, in Richtung deiner Wünsche, in Richtung deiner Träume zu tun. Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat und Jahr für Jahr. Du allein hast das in deiner Hand. Lasse deine Wünsche, deine Ideen, deine Träume niemals sterben. Es sind deine Ideen, deine Wünsche, deine Träume. Richte deine Gedanken auf das, was du willst. Fokussiere deine Gedanken auf deine Ideen vom Leben und mache dein perfektes Leben Stück für Stück zu deiner Realität. Du bist in der Lage dazu und tief in deinem Inneren weißt du das auch. Wenn du dich das nächste Mal beim Zeitverschwenden erwischt, dann halte inne und frage dich, warum verkürze ich hier mit meinen achtlosen Verhalten meine wertvolle Zeit, die mir bleibt? Wenn du dich das nächste Mal dabei erwischst, wie du den alltäglichen Ablenkungen des Lebens erliegst und das, was du eigentlich tun solltest, nicht tust, dann frage dich, was tue ich mir hier an? Warum tue ich mir das hier an? Warum verschwende ich meine wertvollste Ressource, die ich habe? Und dann frage dich, wie kann ich meine Zeit am sinnvollsten nutzen? Wie kann ich meine Zeit für die Aufgaben und Schritte nutzen, die mich zu meinen Ideen, von meinem Leben, zu meinen Wünschen, zu meinen Träumen führen? Und nimm dir dann ein Blatt Papier und schreibe dir die Aufgaben und Schritte auf, die dich zu deiner Vorstellung vom Leben führen. Und dann, dann sage zu dir selbst, ich tue es jetzt. Ich tue es jetzt. Ich tue es jetzt. Und dann beginnst du, die kleinen und großen Schritte zu tun, die dich in Richtung deines Ziels führen. Du beginnst, all das Schritt für Schritt zu tun, was nötig ist, deine Ideen, um deine Wünsche, deine Träume zu deiner Realität werden zu lassen. Und wenn du heute beginnst, dann bist du morgen schon einen Schritt weiter, einen Schritt näher an deinem Ziel. Lass dich niemals von Ängsten und Zweifeln stoppen. Ängste und Zweifel haben auch die erfolgreichsten Menschen. Aber erfolgreiche Menschen gehen immer weiter, immer weiter. Und erfolgreiche Menschen haben viele Misserfolge auf ihrem Weg zum Erfolg. Jeder Mensch, der erfolgreich ist, hat viel getan, hat viele Fehler gemacht. Nur wer nichts tut, wer nichts wagt, der macht auch keine Fehler. Fehler und Misserfolge sind fester Bestandteil dieses Spiels. Mach deine Fehler und lerne aus deinen Fehlern. Misserfolge kommen und Misserfolge zeigen dir, dass deine derzeitige Strategie so nicht funktioniert. Und du stehst wieder auf, du findest einen anderen Weg so lange, bis du deine Idee von Erfolg erreicht hast. Jeder Mensch, der beharrlich seinen Weg verfolgt, wird am Ende Erfolg haben. Ich sag's dir nochmal. Jeder Mensch, der beharrlich seinen Weg verfolgt, der wird Erfolg haben. Bleib dran und glaube fest an dich. Halte an deinen Zielen, an deinen Wünschen und Träumen fest. Halte das Rad deines Lebens in Bewegung. Nutze deine wertvollste Ressource. Nutze deine Zeit Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017